Heute erklären wir Ihnen, warum MUVI das Ende der Klassengrenzen einläutet. Die Raumfahrt ist dafür da, neue Welten zu erobern. Sie dient aber auch dazu, neue Technologien zu erforschen. Heute findet sich die Teflonpfanne in jedem Haushalt. In der Luftfahrt wurde das ABS entwickelt. Wie der Airbag kam es dann in sehr teuren Fahrzeugen zum Einsatz. Heute verfügt jeder Kleinwagen über diese Technologien. Bei Interstuhl werden seit Jahrzehnten hochklassige Bürostühle mit High-End-Mechaniken entwickelt. Heute gibt es MUVI, der über eine hochentwickelte Synchronmechanik mit Bodyfloat-Effekt verfügt und aufgrund seines einmaligen Preis-Leistungs-Verhältnisses für wirklich jeden Arbeitsplatz erschwinglich ist. MUVI ist der ideale Stuhl für wirklich jeden. Für große und kleine, für dicke und dünne, für aktive und bequeme, für wartende und ausdauernde, für Architekten und Entscheider, für Mitarbeiter und Vorgesetzte. Frau Groß und Herr Klein schätzen an MUVI die vielen Einstellmöglichkeiten. Dank Höhenverstellung, Sitz-Tiefenverstellung, Sitz-Neigeverstellung und 4D-Armlinienverstellung ist MUVI stets ergonomisch, egal wie groß ein Mensch gewachsen ist. Frau Slim und Herr Big freuen sich, dass es mit MUVI endlich einen Stuhl gibt, der ihrem Körpergewicht gerecht wird. MUVI ist ausgelegt auf Menschen mit 45 bis 140 Kilogramm. Seine Mechanik verfügt über eine stufenlose Gewichtsregulierung. Alle Verstellbereiche decken ein extrem weites Spektrum ab. Damit geht MUVI weit über das deutsche Normmaß hinaus. MUVI passt zu allen Menschen, weltweit. Und auch für die verschiedensten Arbeitsstile ist MUVI bestens gerüstet. Die dynamische Synchronmechanik mit Bodyfloat-Effekt folgt den Bewegungen des Körpers und lässt ihn schwerelos gleiten. So kann man sich auf MUVI hervorragend bewegen. Oder auch einfach gut relaxen. Und dabei bleibt MUVI stets leicht bedienen und einfach einstellbar. Doch in einem Unternehmen gibt es nicht nur Schreibtisch-Arbeitsplätze. Deshalb ist MUVI als Stuhlfamilie konzipiert. Neben dem Bürodrehstuhl ist MUVI als Vierfußbesucherstuhl, Vierfußbesucherstuhl mit Rollen, Freischwingerbesucherstuhl und als Konferenzstuhl erhältlich. So wird Warten zur Entspannung. Und auch lange Sitzungen gehen nicht ans Sitzfleisch. Und auch für Architekten und Entscheider ist MUVI die perfekte Lösung. Der Architekt freut sich, dass sich eine ganze Firma mit nur einem Stuhl ausstatten lässt. MUVI ist geradezu prädestiniert fürs Objektgeschäft. Dennoch müssen dabei keine gestalterischen Abstriche gemacht werden. MUVI ist leicht, jung und zeitlos zugleich. Seine klare Formsprache spricht die Menschen überall auf der Welt an. Seine vielfältige Farbauswahl bietet genügend Spielraum zur Akzentuierung. Dem Einkäufer macht MUVI das Leben leichter. MUVI ist ein Stuhl für alles und bereitet dem Kataloge Wälzen ein Ende. MUVI minimiert den Abstimmungsbedarf. Es sind keine zusätzlichen Individuallösungen mehr nötig. Die hervorragenden Sitzeigenschaften und die ausgeklügelte Mechanik sind einmalig in dem Preissegment, in dem sich MUVI bewegt. Das ist Herr Meier, der Chef unseres Unternehmens. Wertschätzung und flache Hierarchien prägen seinen Führungsstil. Dennoch möchte er nicht auf den Luxus eines wirklich guten Stuhls verzichten. Dank seines unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnisses ist MUVI für wirklich jeden Arbeitsplatz erschwinglich. Deshalb benutzen alle Menschen im Unternehmen einen Stuhl. Von der Chefetage bis zum Empfang. MUVI bedeutet überall gut und modern sitzen für alle. Durch MUVI wird Highclass klassenlos. MUVI ist das Ende der Klassengrenzen beim Sitzen. MUVI ist das Ende der Klassengrenzen beim Sitzen. MUVI ist das Ende der Klassengrenzen beim Sitzen. 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 Das Ende der Klassengrenzen beim Sitzen.